Warum arbeitest du gerne im Vertrieb? Ich arbeite gerne im Vertrieb, weil ich den ersten Kundenkontakt sehr gerne mag. Ich bin gerne die erste Ansprechpartnerin für potenzielle Interessenten und auch Kunden und repräsentiere natürlich an der Stelle auch gerne unser Unternehmen direkt im Kundenkontakt. Was hat dir in deinem ersten Jahr bei Walter Falz Systeme am besten gefallen und was waren die größten Herausforderungen? Am besten gefallen im ersten Jahr hier bei Walter hat mir die sehr, sehr herzliche Aufnahme aller Kollegen. Das hat direkt am ersten Tag begonnen und auch auf der fachlichen Seite durfte ich im ersten Jahr an einem Vertriebscoaching teilnehmen. Die größte Herausforderung im ersten Jahr war für mich persönlich einfach diese unglaubliche Produktvielfalt und das unglaublich große Produktsortiment in seiner Gänze erfassen zu lernen. Das ist natürlich gerade im Vertrieb super wichtig, damit man die Kunden entsprechend beraten kann. An der Stelle wurde mir aber auch von allen Kollegen außerordentlich gut weitergeholfen, sodass das auch im ersten Jahr dann gut funktioniert hat. Was ist das Besondere an den Produkten von Walter Falz Box? Die Produkte von Walter Falz Box zeichnen sich zum einen durch eine ganz hohe Qualität aus. Nur das Besondere ist auch die unglaubliche Langlebigkeit. Die Produkte sind jahrelang einsetzbar und wir bieten von unserer Seite auch den Service, dass wenn mal etwas kaputt geht, dass wir Ersatzteile bieten und die Produkte nicht wegwerfen, sondern sie reparieren und dann wieder in den Markt geben. Das führt natürlich auch dazu, dass in weltweiten Logistikketten auch ökologische Potenziale eröffnet und letzten Endes CO2 eingespart werden kann. Im Kontakt mit unseren Kunden macht mir am meisten Spaß, dass wir da auf einer partnerschaftlichen Ebene zusammenarbeiten, als kompetente Ansprechpartner für sie zur Seite stehen und gemeinsam mit ihnen ihre Herausforderungen angehen und dafür Lösungen suchen. Das macht mir besonders viel Spaß, weil man wirklich das Gefühl hat, an etwas Großem Ganzen zu arbeiten. Und im Endeffekt ist es natürlich auch so, dass zufriedene Kunden mit ihren Abschlüssen bei uns dann natürlich für uns alle auch ein gutes Gefühl geben.